hallo liebe leute und herzlich willkommen zu meinem kanal und heute spielen wir feuerwasser das kennen bestimmt die manche von euch und ja wir haben schon ein paar live durchgebracht aber wir fangen mal jetzt damit an weil wir schon normal ja ich hab das umgedreht wir können auch andere spiele spielen wenn ihr wollt ihr könnt uns ja auch auf die kommentare schreiben was ja auch so spiele spielen ja wir haben battlefield minecraft guck doch einfach auf mein kanal da spiele ich ps4 gta auf pc spielst du auch warte 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 ja jetzt jetzt lach nicht lach nicht lach nicht ich kann nicht springen wow schon schnell wie scheiße ok los ok ich hab's auf ok leute wir müssen ganz kurz lachen ok jetzt geht es weiter ich bin jetzt mal richtig so komm herr wieso mit als er da oben ja ich will mein ding kommt zu holen hä wieso kann ich in schuhe spielen wenn ich rum wenn ich rum jetzt morg oh wir müssen glaube ich wieder nach unten warte warte du musst das blau aufbauen angenehm gra Franklin haha ich kann gar nicht springen ich kann gar nicht springen hä wieso mal jetzt da hoch Was ist das? Okay, jetzt springt der. Okay, warte mal, ich gehe mal hier weg. Ja, das ist scheiße. Oh mein Gott. Egal, lass einfach. Nein. Lass einfach ein neues Teil, wir spielen die Leute. Okay, wir unterbrechen mal ganz kurz und wir sehen uns dann gleich wieder. So gut, drück. Hallo Leute und jetzt haben wir das Teil 2 gemacht. Ja, weil das ist auch dunkel, da spielen wir auch dunkel. Ja, und das nehmen wir einmal besser. Okay, los geht's. Okay. Ja, wir haben ein paar Mal gespielt, das ist stimmt. Das ist dunkel, fang mir mal. Oh shit. Oh mein Gott. Ich schnaffle das, ich schnaffle das. Okay, ich gucke lange, du bist dran. Motherfucker, motherfucker. Yeah, motherfucker, motherfucker. Oh mein Gott. So, Leute, tschüss, mach ein Like da, wir haben keinen Bock mehr. Das soll mal ein Prank, Leute. Jetzt ist mir natürlich so ein Scherz. Hopp. Wir haben nur gepranken. Oh shit. Oh, okay, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter, ja, 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 wie soll ich jetzt? Wieso ist ich jetzt da? Warte, mach du dann halt. Ah, so, krank. Hey, wieso redest du türkisch? Ich kann kein Türken. Okay. Okay. Yeah, motherfucker, motherfucker. Hopp. Jetzt ist wieder Yusebo dran. Hopp. Oh mein Gott, okay. Pass diesmal auf. Nee, lass mich, lass mich. Lass mich. Ja, ich bin besser, wenn du bei dir nicht spielst. Was weißt du hier denn? Ja, tschüss. Ich hau ab. Ich hau ab. Ja. Oh mein Gott. Oh, zick zack. Ich sehe noch was. Yeah, gewonnen. Yeah. Oh, unheimlich. So ein Arm. Fangen wir mit das an, da hinten ist dann ein Drucker. Oh, shit. Nein. Indie. Okay, Leute, wir kennen die Slave schon, aber das ist ein Arschwettiger. Das ist zum Kotzen einfach. Okay, wir schaffen es trotzdem. Ich glaube an uns. Motherfucker. Yeah, motherfucker, motherfucker. Ja. Yeah. Es ist, äh, äh, Sucuk schmeckt gut. Wenn ich Sucuk kenne, äh, äh, also kenne, dann lecker ist das, gell. Warte, lass das da mal. Nee, lass das, müssen das. Nein. Nein. Guck, sag dich doch. Nö, warte mal, das ist beide andere Richtungen. Okay. Lass das mal gucken. Guck. Warte. Ah, sind das. Ja. Okay. Das andere muss da hin. Äh. 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 Ja, ich habe verkackt. Nein, haben wir nicht. Ah, ja, schieb das. Da pisse dich lang. Schieb, schieb, jetzt lass mich mal in die Ecke. Da pisse dich lang. Warte, helf mir. Nö, jetzt müssen wir so schieben. Schieb, schieb, schieb. Schieb, 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 schieb. So. Okay. Da pisse dich von da mal. Jetzt müssen das eigentlich andere da sein. Ja. Ja, das ist taktisch. Oh. Ich war schlauer, Leute. Ach, egal, das hier, Leute. Das ist weg. Nein. Leute, ich war wieder schlauer, weil diese Leute viel zu dumm ist, Deutsch zu lernen. Ehe, ehe. Ey, Leute, ich habe mich noch verarscht. Dieser Junge ist jetzt der Ämre, der echte. Sujuksmege. Okay, Leute. Leute, wir haben es jetzt wieder geschafft. So, ja, wir haben das, glaube ich, nochmal ein kleineres Mal. Das war schon mal einmal so behindert, Alter. Moment, so. Komm. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, das hier, das obere dort. Ja, wir haben es geschafft. Nein. 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 Was machst du? Scheiße. Was machst du? Keine Ahnung. Was hast du gemacht? Schieße. Egal, hilf mir, hilf mir mal kurz. Was hast du gemacht? Ich schieb das, keine Sorge. Hilf mir. Oh, was? Na. Hilf mir zu schieben. Nein, 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 nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Geh rein, geh rein, geh rein. Ich bring da rein. Mein Gott, was passiert da? Es ist da. Na, Emre. Hallo, Leute, wir müssen wegen denen. Okay, wir unterbrechen. Okay, Leute, wir haben es geschafft. So. So. Ja, das guckt zu mir. Aaaaaaah. So, geh. Okay. Fuck, was sagt ich? Nichts sagt. Moving game. Ich schicke dich. Junge, hört auf mit deinem Scheißfügel. Du kannst pein. Okay, Leute, irgendwie schaffen wir diese für mich. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Woche. Und euch können wir es besser.